Mit der Waffen ist alles niederhalten. Denn verboten, die Rache bleiben. Denn verboten, die Rache bleiben. Die Rache bleiben, die Rache bleiben. Die Hausfrau befreit und stöhnt die Musik ausией Männern leben. Wir würden schon steigern uns nicht mehr loh Der nach Mahvote nur eine falsche Seite Wer für der Neutní die Fiederhando bei Die jungen Wörter, der Lederweil des Meistern Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Da biete ich nur, da biete ich nur Teere Da biete ich nur, da biete ich nur Teere Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Wir bleiben im Laufe des Schraus und uns im Verholt Musik 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 Bundesmeister, den Bewohnern an der Schwingung. Leipziger Bürger, liebe Freunde und liebe Freunde, die nationale Opposition, der uns hier heute hier in Leipzig bringt den Ausverdauern für Deutschland. Deutschland wird ausgeprimiert, ausgeprimiert von der eigenen politischen Klasse, die ein Amt ein abgelegt haben, ein Amt ein, der Leipzig lassen, den Schützen des eigenen politischen Schäden, den Schaden von den Akten zu holen. Aber die antwortlichen Politiker haben wir daher das Gegenteil, in dem wir uns hier an zur Ausführung des Freis. Und alle das vollzieht sich während der Ausrufe des Freis am 19. Juni, die control wird dem sehr gutoles klang sein, das ist Mélenburg, dieóc prestigte Wir finden eine wirkliche Antwort auf diese Entwicklung. Die einzige Antwort auf diese Entwicklung ist die, dass man wieder einmal sagt, wir schälen Milliarden zu verfügen, Milliarden, die man noch gar nicht an Steuern eingenommen hat und die im Grunde genommen von der Größenordnung schon einen halben Bundeshaushalt umfassen. Diese 211 Milliarden Euro sind fast die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte eines Bundeshaushaltes. Also mehr als die Hälfte das, was die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr ausgibt. Und liebe Freunde, wenn man etwas mehr Kompetenz hätte, bei den Politikern, wie auch bei den sogenannten mündigen Bürgern, dann wüsste man, dass die Haftungshunde der Bundesrepublik Deutschland nicht etwa 211 Milliarden Euro sind, die im Bundestag beschlossen worden sind, sondern die Deutsche Bundesbank hat heute schon Forderungen gegenüber Banken in Griechenland, in Spanien, in Spanien. Also Forderungen gegenüber den zehn Kaisersstaaten von Tage und Schreibe 700 Milliarden Euro. 700 Milliarden Euro, die ohne den Beschuss des deutschen Bundestages einfach so entstanden sind, aus einem hinterbanken Bezahlungsverkehrsystem, 700 Milliarden Euro in der deutschen Bundesbank, die im Grunde genommen die deutsche Bundesbank abschreiben müssen, und unsere Forderungen eigentlich heute schon als Irland-Bündnis sind. Das heißt, aus dem Heueramt-Feuer hat die Bundesrepublik Deutschland heute schon fast eine durch den Heiligen König an schönen Himmel, und liebe Freunde, und liebe Freunde, wer bei dieser gigantischen Summe von einer songs überhöhnt, was nur in diesem Lande passiert, ist ganzbar, und nicht als Großstadthaus für uns am Deutschland zu qualifizieren. Wir haben den Brüderlanden sein politisches Urteil seit zwei Monaten schon verloren. Und liebe Freunde, beteiligt an diesem gigantischen Volksbetrieb, beteiligt an der Ausbildung unseres Volkes, sind nicht nur etwa die Politiker und die Banken. Nein, dieses falsche Spiel betreiben die Medien genauso wie die Politiker. Denn Fernsehen, Rundfunk und Tageszeitungen klären ja etwa nicht die Bevölkerung ein über die Hintergründe dieser schönen Krise. Nein, die Hüden der Medien fahren dazu weit, dass unser Volk, das Volk der Treibweite, dieser Entscheidung und dieser Entwicklung noch mal nicht abschätzen kann. Fragen Sie den Rundfunk und Fahrespresse, beteiligen Sie sich genauso an den Hüden wie die Politiker selbst. Und was das ist, ist ihre Freunde, was einen ganz einfachen Köln ist. Alle Politiker, die Banken und auch die Medien, die alle berühmen das deutsche Köln schön weiter zu reden. Und es ist der Prüf der Lüge, das sie immer wieder so in den Hüden hervorbringen müssen, weil der Lüge, der wird die Wahrheit wünschen. Für viele Freunde, für viele Freunde. Für viele Leute, sie sich selbstverständlich für die Wahrheit wünschen. Und deshalb, weil die leben, weil die nationale Organisation, weil die Antilie für den Volk die Wahrheit sagt. Auch wenn diese Wahrheit eine unbequeme Wahrheit ist, aber diese Wahrheit, die würde unserem Volk jede Klarheit verstanden, für unser Volk auch wieder urteilsfähig werden würde. Und wenn unser Volk wieder seinen genanen Verstand hätte und sich selbst ein Urteil enthält, dann über die Lage, über die Lage, in die die Politiker, die wir uns bald gewaltt in den letzten Jahrzehnten hatten, denn unser Volk dann begreifen würde, wie es geworben und betrügen würde. Wenn unser Volk begreifen würde, wie es letztendlich auch und die Früchte seiner Arbeit betrügen würde, dann würde durch etwa die Dividierung, durch das Regierungshausenhaus ein neues Volk suchen, sondern dann würde was geschoben, was in jeder Demokratie ganz natürlich möglich ist. Dann würde sich dieses Volk eine neue Regulierung schützen, eine Begründung, die seine Lebensinteressen, die die Lebensinteressen des deutschen Volkes vertreten und durchsetzen würde. Und liebe Freunde, das ist eine Schwäche der politischen Klasse von heute, dass sie im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage ist, Politik zu machen. Denn das, was heute hier als Politik in diesem Lande bezeichnet wird, ist im Grunde genommen keine Politik, als Schechtbuch-Diplomatie. Schechtbuch-Diplomatie heißt, man nimmt nicht für deutsche Begründung, wenn man nur die Zeit für die Möden oder die Zeit für die Möden oder die Zeit für die Möden in das Ausland hinzustellen. Und man bündet sich in Deutschland einfach ein, weil man Millionen und Millionen und Milliarden und Milliarden ins Ausland überweist, dass ein Besserheit das Ausland krankbar sein und einem Achtung gewöhnt wird. Liebe Freunde, liebe Freunde, das wünschen sich die Deutschen so sehr, dass sie beachtet werden, weil sie sich selbst mit Stolz beschmeißen und fälzen und wegwälzen und kein fälzenes Sein und kein Schulz mehr kennen. Aber das Ausland tickt ja so ganz anders als die Deutschen. Im Grunde genommen sagt das Ausland, die Deutschen haben ja eine Matte. Aber man glaubt, dass es alles nur ein Spur sei, ein verkraftes Spur, um eigene Interessen durchzusetzen. Aber viele äusserländische Politiker begleiten, dass die Deutschen, in der 1936-Bundeszeit noch haben. Und wir haben ja eine politische Sturkmasse mit dem Weg von äusserländisch. Und das, was ich schon sage, können wir in dieser Frage auch selbst in der österreichischen Politik beobachten. Man erkennt doch, dass der Standpunkt der Bundesregierung im Bundesland noch hier für Sache aufgebaut wird. Und man stück für stück jede Forderung aus Spanien, Spanien und Wienstand stück für stück immer näher kommt, weil es ausweicht ist. Es gibt politische Politiker, einfach wieder den Deutschen, der wird immer. Und die Deutschen, die substanzleisch und alle substanzleisch gefördert sind. Alleine Tatsache, dass Polen in Deutschland erleben werden. Alleine Tatsache, dass deutsche Hauptmann in überfremdenden Interessen einsagen müssen. Diese Rundkirche scheint leidzutagen in überfremdenden Interessen. Es grenzleichtert auch in dieser heutigen Krise. Und liebe Freunde, weshalb, weil deutsche Politiker heute nicht noch in überfremdenden Interessen einsagen kann. Auch weshalb, wie fließend ist ein gewisser Mechanismus, ein gewisser Selbstmord, wenn wir alles in dem Bundesland ist. Bis an, liebe Freunde. Und da machen wir, als nationale Opposition, für uns auch keine große Hilfe. Es reicht nicht nur, zu wärmen, mit den Zahlen und den Fakten hier auf den Tisch zu setzen. Weil, was wir brauchen ist, einen tiefgreifenden, geistigen und seelischen Wandel in der Polen. Wir müssen wieder ein Volk werden, was in seiner Seele gesündet wird. Und wenn ich die seelische Gesundheit für unser Volk als Wörter nicht erachte, dann deshalb, weil wir dann, wir als deutsches Volk noch eine Zukunft haben. Keine Wahrheit ist heute nie. Das Glaubenvolk dieser Erde eine durchgesellschaftliche Kraft entwickelt hat, wie die Erteilung des Volkes. Und das Glaubenvolk der Erde, das Glaubenvolk der Erde steht für immer hinter der Runde, Deutschland-Parete für Deutschland-Mann-Spaar. Und diese Parelen sind ja so ungegeltlich stimmt, besser zu finden, weil selbst die, die Deutschland hassen und Deutschland verachten, trotzdem noch immer auf diesem Hass selber sitzen, dieser Hass, den Deutschland heißt, und selbst diesen Hass, auf dem sie selber sitzen, abziehen. Und liebe Freunde, weshalb? Glaubt nicht, dass wenn Deutschland stirbt, glaubt nicht, wenn Deutschland untergeht, dass ihr dann diejenigen seid, die dieses Tod unseres Volkes selber überdeuert, Egal, wenn man heute als Deutscher stirbt, ob man Deutschland liebt, oder Deutschland hast. Wenn unser Volk stirbt, dann stürt ich da auf die Erde, ob die Deutschland nur mehr in der Deutschland hast. Und wenn das nicht erkennt, wir sind immer selbstverständlich, wir werden einen Schuss mit dem Insistanz, und wir sind immer stolz, und unsere Freunde, genau für diesen Tüchen, wird im Übrigen genommen unser Land abgewickelt, und das deutsche Volk auch abgewickelt, man glaubt noch in seiner eigenen Seele damit, eine gute Tat zu verziehen. Und liebe Freunde, was wir in diesen Tagen erleben, ist nicht nur der Milliarden ganz schwerst nach Europa, sondern wir erleben, dass selbst höchste staatliche und politische Impräsentanten der Bundesrepublik Deutschland, zum Beispiel der Bundesgemeinsminister Wolfgang Schäufe, und wir uns befordert, dass die Bundesrepublik Deutschland hier seine Volksrechte nach Europa einmal tragen möge. Und liebe Freunde, was das bedeutet, ist keine akademisch-politische Frage, sondern man kann diese Frage, was die Frage der Solidarität überhaupt ausmacht, ganz einfach die ganze Grenze aufzeigen. der Bundesrepublik Deutschland durchs угolviert, der Bundesrepublik Deutschland täglich ausreigen. Nachdem ihr alle Menschen in den Glaubens zu kaufen, die Bundesrepublik Deutschland im Ein- und im Ne- und im Ne- und – denn der Bundesrepublik Deutschland Die Politik macht andere in Garten. Liebe Freunde, das findet in diesem Landesstaat. Und das ist nicht nur für den Volksverrat, sondern den Volk Möblichkeit über sein eigenes Schicksalsbestimmte Volk bringt. Sondern es ist in München noch verraten und Lebensinteressen, weil dann wenig unser Land zur Holzbründung freigegeben ist. Und genau das brauchen wir, die Verantwortlichen einer Röder. Man will in der Röder eine gemeinsame Klasse haben, wo alle anzahlen und jeder sich das rausnehmen kann, was er meint, zu brauchen. Das heißt natürlich, Deutschland wird sich mehr als die Klasse nehmen auf Deutschland. Liebe Freunde, das ist keine verantwortungsvolle Politik. Denn es ist eine Entrichtung des Volkes. Und es ist nicht meine Frage, ob man eine Nationale zu vermischen. Es ist eine Frage, die im Prinzip aufgegeben wird. Und das Prinzip, das sich jetzt alle betrachten, ganz gleich, wenn man mit seiner persönlichen Reisung stößt. Und dass die Linke dazu, dass heute nichts zu sagen hat, zeigt, dass sie im Grunde genommen geistig abgewirtschaftet haben. Diese politische Linke hat abgewirtschaftet, genauso wie dieses System, was dieses Land zur Holzbründung frei wird. Liebe Freunde, nicht nur das, was heute in diesen Rödern von Bucht passiert, ist eine schnelle Hypothek für unser Land. Unser Land wird noch auf einer ganz anderen Art und Weise ausgepräumert, nämlich durch Zuwanderung von Bündnern und von Ausländern. Denn es ist ja heute in der Politik wieder eine solche Überschrift. Ich würde sogar sagen, Täuschung oder Lüge, weil man behauptet, die Zuwanderung nach Deutschland findet statt, in dem ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen. Und liebe Freunde und liebe Feinde, hier muss man einfach einmal müsternd, die Fakten zur Kenntnis sehen. Und im Akt ist, 90% der Ausländer, die nach Deutschland kommen, finden keine ausländischen Fachkräfte, sondern sind volle Sozialhilfeempfänger in diesem Lande. Und wer glaubt denn, es ist es schön, wenn jetzt Milliarden nach Europa fließen, dass dann noch wieder ganz 10, 10 Milliarden in ein soziales Sicherungssystem gepunkt werden kann, was immer mehr Externe werden soll, und wer heute schon der Zuschuss zur gesetzlichen Ländenversicherung, der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt, mit rund 80 Milliarden ist. Und wer glaubt denn, bitte schön, dass er die Sozialleistung, der ein Willen mehr von Ausländern finanzieren kann. Diese Fakten müssen wir nicht einmal ganz sattlich nur vor Augen führen, um den Wahnwitz dieser Politik von heute durch vor Augen zu führen. Aber auch da verhält sich die Politik ja ein bisschen mehr und wenn wir nun das eigene Volk, wenn wir die Freunde, den heute Griechenland und Spanien zahlungsunfähig zu werden, dann finden wir gleichzeitig vor Augen geführt im Griechenland und in Spanien, was das eigentlich auch sozial und wirtschaftlich bedeutet. Griechenland und Spanien stehen heute am Rande eines Bürgerkrieges und wir sagen, wenn wir bei Familien in Deutschland Schiffpunktpolitik befreien, dann würden wir irgendwann auch die Verhältnisse haben, die sie heute in Griechenland oder in Spanien sind. Dann wird es kein Sozialstaat mehr geben, ganz einfach aus dem Runde, weil das Geld für die Sozialleistung nicht mehr vorhanden ist. Und diese Freunde, eine Politik, die diesen Namen Politik auch verbiegen, eine Politik, die tatsächlich verantwortlich ist für ihren Volk und jeder ist, werde jetzt eine Kolostpolitik-Turl bei Törnöö und würde sagen, Europa ist gescheitert und Europa ist ein Kostel in der Welt. Wir müssen uns wieder auf unsere nationalen Interessen konzentrieren. Und nationalen Interessen heißt nicht, dass man mit dem Ausland nicht zusammenarbeitet, die in den Korn betrifft, aber die Geschäftsbedingungen der Zusammenarbeit müssen neu verhandeln werden. Und nicht nur Griechenland braucht die griechische Behörde, und Deutschland braucht hier die deutsche Wahl. Und die vorhandene griechische deutsche Wahl nicht etwa als nicht der Lied, der Gesang, in der Welt der Kinder, in der Schwestern, sondern die deutsche Wahl als eigene Wählerung ist eine Seelständigkeit, weil wir mit eigener Wählerung haben wir die finanzielle und wirtschaftliche Solidarität und selbst immer die wirtschaftliche Erdichtung unseres Landes bestimmte Zeiten. Das Grenzteil ist die Breitlinie der deutschen Wahl. Eine erste Beforderung, die jede Regierung in diesem Land und diesem deutschen Volk verantwortlich ist, tatsächlich hinsetzen müsste. Und was wir brauchen ist eine grundsätzliche Wende in der Bevölkerungspolitik. Der Zuwandelungspolitik betreibt und treibt ja auch die Weltkriegungspolitik allerdings eine Beforderungspolitik, die gegen das eigene Volk berichtet ist. Und wir freuen uns, was das heißt, zu dem der heutige Gemeinde Land zu werden, kann man heute in den westdeutschen Großstädten auch mit Schuhen helfen beobachten. Und was dort zu erkennen ist, ist, dass dort letztendlich dort gar keine Integration praktisch verstärkt werden kann, sondern dort untergibt sich eine afrikanische oder asiatische Rischmachsgesellschaft, die auch nicht gegen Wurkwitz verpflichtet ist, sondern der Scharia. Und diese Freunde, das abzuwenden, heißt, wir müssen wieder auch geistig, auch kulturell uns wieder auf- und selbst besinnen. Denn es ist nicht ausländerteindlich, wer mal sagt, für das Kind der Türke, seine Einheit ist die Drogal, wenn wir sagen, der Spanier hat seine Einheit in Spanien, wir sind keine Ausländerfeinde, es ist nicht Russlanderfeind, das ist Sudan, jedes Volk hat seinen Staat und jedes Volk soll selbst verantwortlich in seinem eigenen Land werden. Und genau dieses Prinzip des Volkes, der Nationalität ist auch notwendig, um die Krise von ihren Schönen überhaupt mit ihren Kinderinnen zu können. In den Freunde, die multikulturelle Gesellschaft noch so eine politische Bezüge des Landes. Die multikulturelle Gesellschaft ist in Wahrheit eine Kultur in dieser Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne irgendeine Zusammenhalt, ohne Blödsinn, ohne etwas Gemeinsames. Multikulturelle Gesellschaft konzulieren wir Sönerne, solange das Bede da ist, um alle wundzustellen. Aber wenn das gettisch mehr vorhanden ist, dann werden die nationalen Konflikte aufbrechen. Wir werden erleben, dass die multikulturelle Gesellschaft eine kritisuelle Bürgerkriegsgesellschaft ist. Deshalb müssen wir und wirken wir die nationale Amos in Syrien die Entwicklung mit einer multikriminellen Gesellschaft Bezüge sein und klären müssen. Wir werden humane rückwärts und görne organisiert. Auch Türken, auch Griechen, die missbraucht worden sind und die Kultipanatikern. Unsere Feinde wissen der Tote und die in Deutschland lösen. Unser Feind sind die Volksverräter, die Ausländer müssen laufen, um das deutsche Volk abzuschaffen. Und wir werden Ausländer human in ihre Heimat wieder eingehen. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht ausländers feindlich sondern deutsch feindlich und dazu befinden wir unsere Widerheits nationale Befragung sind deutsch freundlich und durchaus feindlich. Liebe Freunde, wenn das, was wir heute sagen, ein gelöhnendes Antikon einmal teuernd bekommt wurde, dann würden sich die Verhältnisse in diesem Lande so schnell ändern. Innerhalb von Wochen und Monaten wäre plötzlich am ganz eis zu anderen tun in unserem Land. Dieses Druckmall zu tun, wo eine steigende Mehrheit sich gesperrt auf, die innerste Geföhnen einfach hart auszustrechen, wo deutsche Patrioten als Nazis genunziert würden. Und selbst die jenigen, die nur jemand kennen, die einfach ein nächlicher Nazi ist, gleich noch selbst von diesem Land eingefangen wird, wie die eine Lüttler Sportlerin, die jetzt nur, weil sie einen vermeintlichen Nazi als Welt hat, gleich geschlagen in Sitzenden teilen gehen soll. Ihre Freunde, das zeigt doch, dass wir in der Tat heute nicht mehr in einem freien Land würden. Und diesen Irrsinn, den wollen wir beenden. Wir wollen, dass wir Deutschen in seinem Selbst was endlich schwach bewegen. Und wir dann, wenn wir diesen Selbst was überwinden, werden wir auch den innerlich selber freie Menschen hören. Liebe Freunde, wir wollen auch die Freiheit für unser Volk. Wir wollen auch finden. Wir haben wir haben wir haben die haben haben wir haben wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020